Im CRAM können Sie gleichzeitig die Auftragspipeline für mehrere Aufträge ändern. Öffnen Sie die Ansichtliste, kreuzen Sie die Aufträge an, die Sie verschieben möchten und wählen Sie die Option Aktion auswählen und anschließend in die Pipeline verschieben aus. Geben Sie die gewünschte Pipeline an und klicken Sie auf Anwenden. Die Aufträge werden in die neue Pipeline verschoben.